moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier im leitstellenspiel kurz irritiert einsätze in niedersachsen so wir sind schon wieder ein schrittchen weiter gekommen ich weiß jetzt gar nicht was der letzte stand gewesen ist wir haben die feuerwehr in fedel und diese feuerwehr in bergedorf habe ich gerade gebaut ja und in der zwischenzeit habe ich dann unter dem landkreis gosla eine weitere rettungswache gebaut hier haben wir jetzt mehrere fahrzeug also hier haben wir jetzt die rdw und die beiden fehlenden k-tvs könnten jetzt hier noch den elwi und den gewiss anbauen darauf wichtig aber tatsächlich hier verzichten das wird eine reine ja eine transport komponente soweit so gut ja geld haben wir keins also bei uni weiter schlimm so das erste was wir jetzt tun ist hier streifen anschmeißen allein aus dem grund ich habe die juni für pegel auf eine streife losgeschickt der wird von hier los der macht hier streife so ein bisschen damit wir da in dem gebiet auch so ein bisschen was haben so dann schmeißen wir die einsatzbremse rein und gucken einfach mal ich würde sogar sagen das interessiert uns hier heute mal so gar nicht was hier in der liste drin steht das ist ja hier zur erwartung zwischen 7 und 11 das ist natürlich dann für mich echt böse aber gut sei es drum vielleicht bringt es ja was für abends wenn es was bringt kann es durchaus passieren dass wir vielleicht morgen irgendwie nie machen wir können morgen kein stream machen ich trug naja gucken wir mal wie ich so samstag oder samstag oder samstag oder mittag oder mittag gucken wir mal wieder mit das stream irgendwie sowas kriegen schon alles hin so wir gucken uns hier ist hier einsätze bist du die einsätze du bist die einsätze dann gucken uns das auch heute mal so ein bisschen mehr so schön hier kommen nasengluten und still da so ja kommen wir machen ja einfach mal so ein bisschen hier klatterer ding und klar das ist doch eigentlich ganz klar wie wir da los schicken das rosa plus das hätten wir so gewusst gleich die lackierung wie der sg hat wie das könnte daran liegen wollte das rote kreuz ist so was haben wir hier ein herzinfarkt da brauchen androiden mit zum handauflegen für den fall der fälle das hause latschen gibt polizei gucken wir mal wieder alarmiert damit ein von mir das ist gut cannabis plantage entdeckt da brauchen wir schrapp 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 den und den und los ab dafür für solche geschichten würde ich nämlich gerne noch den zoll mit normalen polizei wachen für sie hatte ich ja schon gesagt ja ich denke mal als diese union aus pk 43 bauen das werden wir benötigen da werden wir auch nicht umkommen und dann sind die wo die weg sind dann doch ein bisschen sehr weit so wie sieht das denn auch hier oben pro minu der zu kommt dann mal ja auch mal rottung schule hier an gesetzt hier in gebäude rettungsschule ausbilden soo dann wollen wir mal kicken hamburg du kriegst du hast 1 rtw ne ja du hast 1 rtw ne ja du hast 1 rtw dann kriegst du davon kriegst du 2 da brauchen wir nix soo da brauchen wir nix Rettungswache ost ja das ist passt das ist in ordnung das ist soweit ok F ne das braucht man nicht die Rettungswache in harburg auch zwei sind ausbildung rostam rostam kriegt erst mal ein viertel so wie wir haben wir noch fünf jahren 2 und bock hat finken wer war ein fing wenn das da oben finken wenn er kriegt zwei und süderelbe kriegt noch mal eine so ausbilder noch mal wieder in einer woche auch wieder was ich weiß wir haben noch eine ganze menge ausgebildete aber kann ich nur kann keine leute verschieben und b warum halt nicht wir brauchen die sprechwunsch so dafür ja stimmt krankenhaus krankenhaus ja gut dafür haben wir das geht nicht aber das ist mir jetzt auch gerade egal wenn ich ehrlich bin muss das mal alles ein bisschen sortieren hier irgendwo hier war bei war das glaube ich das ist bwk ja das nehmen wir das so das passt viel besser wissen wir wissen dass es ein krankenhaus und die unternehmen die körper dann zum 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 nachschon hier für rettungsdienste nehmen die jetzt keine firma haben oder wo wir hier keine dinge haben so wunderbar haben wir hier halt jetzt schon mal so ein bisschen eingeschmissen was ist das hilflose person polizei und rettung du bist ein nrw naja du bist ein nrw tatsächlich wobei das geht eigentlich von mir um über die a7 geht das tatsächlich habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schlimmer vorgestellt ok gut knut ja gut dann wollen wir gar nicht weiter erst mal hingucken irgendwie ist das komisch so sieht das irgendwie besser aus so fehlt im augenwinkel was was bist du du bist das das ist falsch das ist diese rettung diese also diese rettungswache ist hier falsch hier sind wir eigentlich nur es geht laut dingens boomens moped hier sind ja auch bald schon fällig dass wir die austauschen wir gucken dass wenn wir irgendwo neue sachen bauen vom roten kreuz dass wir dann die hier nehmen also dass wir dann verschieben irgendwie sowas die geschichte darf gerne sein zehn prozent ist völlig in ordnung so haben wir hier noch irgendetwas was verschoben werden muss nie auf den ersten blick nicht zumindest nichts von diesen sachen ja und trotzdem der hier muss ich ganz dringend weg den müssen wir auch in irgendeine andere woche schieben den müssen wir auch in irgendeine andere woche schieben so was ich hab ne idee ich hab doch ne idee nein wir haben gerade kein geld oh das ist hier doch nicht das ding warte mal warte mal warte mal wo sind wir denn hier wir sind hier so ne bremerhaven und sonst wobei da oben wir müssen nach bremen so erstmal hier können wir die anschmeißen so du fährst hier hin und du fährst da hin so ok hier brauchen wir schon hunderttauschen äh der hat schon so ein TLF ne oh hier guck mal da brauchen wir müssen wir wieder an dingensbums raus so grafik auswählen äh ja ja LNA und dann und dann tum 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 es muss ja nicht zwingend ein VW sein ASB sehr schönes wirklich ein sehr schönes Fahrzeug den in Seitenoptik der wär so so schön hmmm 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 es haben möchte da gibt es natürlich nicht ganz so viel blöd animiert vorne mit dem spring nicht das gefällt mir immer so gar nicht so überhaupt nicht der ist blöd animiert sonst würde ich den tatsächlich nehmen auch wenn er falsch rum ist ich glaube tatsächlich haben wir den sogar mit dem stroboskop mit seiner vorne so gut ja das sind dann tatsächlich hier so sachen mit denen können wir ganz gut leben dann ja wirklich vorschläge ich aber trotzdem vorschlagen die nächsten 100.000 waren an hier rein gibt es hier ein stellplatz und dann verschieben wir ein anderes fahrzeug so dass wir hier irgendwie so hier brennende müllwagen tlf und tlf und los geht das haben wir sogar los geht es haben wir hier klein genug kann man nicht können wir nicht keine rettungsdienstlichen einsätze hier unten was ist denn hier 63 ja stimmt 63 hatte ich ja alles ausgelesen ja dann haben wir heute mal einfach so ein bisschen ja was haben wir eigentlich gemacht ich habe euch gezeigt was ich gemacht habe ja das habe ich lieber ja die ansonsten ich meine solche tage muss auch geben wo schon weniger action ist und dann sicher auch geil ist schon relativ gut aus den erschließen wir natürlich auch das ist ganz klar zweitens hier bei uns im gebiet aber ich würde sagen wir sehen unsere richtung unserer nächsten folge hatte die man steif seit bis dahin anständig wir haben und tschüssi koski